Hallo meine Lieben, wollt sehen wir uns? Ja! Ich freu mich sehr. Wir haben uns heute hier versammelt. In Lünen. Um gemeinsam zu singen. Ich hab was zu treten da hin. Ich weiß es, ich hab schon gedacht. Diese Jacke. Österreichische Winterjacke. Gibt's düstbar mit dem Krankei? Wusstest du? Ich weiß es nicht. MSR, klar. Ich weiß es auch nicht. Jetzt gibt's Showcooking. Heute gibt's Melanzani mit gebratenem Zander. Alex, das ist nicht für mich. Ich weiß alles, alles. Bald weiß ich alles. Aber der gewinnt, kriegt genau das, was er nicht möchte. Wenn der Höhenangst hat, geh ich mit ihm auf den Dach stellen. Da lacht man nicht. Ähm. So. Wir fliegen. Wir schwimmen. Kein Blebek, bitte. Kein Blebek, bitte. Achso, kein Blebek. Technik ja schön, wenn sie funktionieren würde. Und... Ich bin hier ganz Alleinunterhalter gerade. Seid ihr gut drauf? Ja! Wow, wow, wow. Okay. Okay. Geht's euch gut? Ja! Ja, jetzt funktionieren. One, two. Hallo, hallo. Nicht zu groß. Was? Hallo. Hallo. Wow. Oh. Problematisch für ein bisschen. Habt's vorhin ja gar an? Ja, das geht ja schon mal. Das funktioniert ja schon. Wie geht's euch? Ja! Oh, das Wetter kann doch besser sein, gell? Wie geht's euch? Ja! Okay, das hört sich schon viel besser und viel besser. Achtung, wollen Sie ein bisschen länger? Ach, du stehst aufsichtlich da. Ja! 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 Ihnen macht Somebody's? Jetzt schauen wir uns alle an, jetzt bin ich ein bisschen nervös. Heizpinze im freien Traum. Ist das kalt? Ja. Ja? Ich hab noch die Grüße runter. Oh mei. Einen hab ich noch? Dann gehen wir es richtig an mit dem Finale. Weil es zum heutigen Tag irgendwie passt. Ja, da kommt der ab. Du und ich, ist meine neue Single. 5 Meter. Vielleicht? Ich hab euch lieb. So, Musik ab bitte. Das ist ja fast wie ein Techno-Beat. So, jetzt wirds richtig spannend. Jetzt wirds richtig spannend. Und jetzt wirds richtig spannend. Ohhhhhhhh. Du sollst immer auf den Armin. Ich soll immer auf den Armin. Ohhhhhhh. Ich soll immer auf den Armin. Ja. Ohhhhhhh. 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 Du brauchst keine Angst vor mir. Ich weiß nicht. Nur manchmal. Du brauchst nicht. Du brauchst nicht. Wo ist sie? Ohhhhhhh. Ohhhhhhh. Ellie sehen wir uns. Ja auch. Hachner Sarri. Ha Alright. Und Tür. Jaaaaaaa. Ich hab echt. Soooo. Ja, das macht was. Haben Sie einen besseren Stift? Ich mag diese Stifte. Gehen wir jetzt mal richtig Gas? Was ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass wir einen Spielball auftreten. Ich wusste gar nicht, dass wir einen Spielball auftreten. Das ist auch umfällig. Man fühlt sich wohl. Das ist geil. Das sieht super aus. Ich bin voll begeistert. Ich glaube ich wäre Künstler. Wer ist der erfolgreichste Künstler Österreichs? Hallo! Hallo! Euch hätte eigentlich den größten österreichischen Künstler jetzt je gemacht. Mutter! Mutter! Ich bin voll begeistert. Ich bin voll begeistert. Jetzt muss irgendein finden, der mir ein Mikrofon haltet. Wer schafft denn das? Wer kann das? Ich bin voll begeistert. Ich bin voll begeistert. Wie heißt du? Laura Sophie. Laura Sophie. Also Laura, ich vertraue dir jetzt ganz kurz mal im Mikro an. Wie heißt du? Nein, weiter. Okay. Sarah, Laura. Du passt auf die Laura auf. Und du passt auf die Laura auf. Und du passt auf die Laura auf. Okay? Kann plötzlich reden. Oder doch. Oder... Re... 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 Hallo! Du bist super! Du bist super! Ja, aber schau dir mal. In Österreich kann auch emotional sein. Und das ist auch schon mal aus. Der ist letzte Mal beim Carsten in der Hand gehabt. Ich glaube Dieter! Ja, wo ist der Dieter! Wo ist der Dieter? Wo ist der Dieter? In Österreich ist der Dieter. Wo ist der Herr Grud? 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 Thomas! Thomas! Da geht es immer wieder Zum Tag in meinem Leben Lass ich nur nicht die Träume nehmen Was muss man hier in Koblenz eigentlich machen um irgendwas zu trinken auf der Bühne zu bekommen? Ich war noch nie so weit weg von zu Hause Armer Öse Gibt es hier links eigentlich auch Musik? Gibt es hier links eigentlich auch Musik? Das wäre super! Nichts steht zur Ziele dann Ich seh schon, es geht gleich direkt weiter mit dem nächsten Song anscheinend Aber doch nicht Hallo 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 Da sagte Dieter Bohlen zu mir. Ich bin nie, alles Kacke. Ganz unauffällig, Leute. Also wirklich, wenn die mal Hänsel und Gretel einen zweiten Teil machen und eine Hexe brauchen, vom Lachen... Ich wollte es nicht sagen. So, was noch so? Zweiter. Du hast die Haare auch schon. Ach, wow! Jetzt machen wir vorher noch ein bisschen Musik. Eine Seite schepper. Aber schon. Wir haben doch Zeit. Gitarre lauter, ne? Bitte? Gitarre lauter? Gitarre wäre schön, wenn die Simba hören würden. Etwas neu... ... 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